Carter war der Name, der meinen Vorfahren gegeben wurde. Und somit auch mir. Harry Kane ist der Name, den ich mir später als Profi zugelegt hatte. Rubin Harry Kane Carter, Champion im Wettergewicht. Das, was ich konnte, das Einzige, was ich konnte, war Boxen. Dieser verfluchte schwarze Drecksack hält sich wohl für den Champion. Wir suchen zwei Farbige in einem weißen Wagen. Egal welche. Sehen Sie genau hin, Sir. Sind das die beiden Männer, die auf Sie geschossen haben? Er hat Nein gesagt. Sehen Sie genau hin, Sir. Rubin Carter, Sie werden hiermit zu einer lebenslangen Haftstrafe vorerteilt. Ich bin unschuldig. Ich habe kein Verbrechen begangen. Das Verbrechen ist an mir begangen worden. Ich bin tot. Begrab mich doch einfach. Bitte. Oh, dein erstes Buch, hm? Die 16. Runde. Rubin Hurricane Carter. Manchmal, Les, suchen nicht wir die Bücher aus, die wir lesen. Sie suchen sich uns aus. Sehr geehrter Mr. Carter, ich habe ihr Buch gelesen. Ich würde sie gerne einmal besuchen kommen. Glaubst du, ich habe diese Menschen umgebracht, mein Junge? Ich weiß, dass sie es nicht war. Zwei Juries haben ihn für schuldig befunden. Aber der Mann ist unschuldig. Er sitzt seit über 15 Jahren im Gefängnis. Das ist nicht richtig. Es ist sehr wichtig, über das, was uns festhält, hinauszuwachsen. Kann er uns sehen? Ja. Eins verspreche ich Ihnen, wir werden nicht ohne Sie gehen. Ich bin 50 Jahre alt. Euer Ehren, dieser Fall wurde auf einem Haufen Lügen aufgebaut. Ich war 20 Jahre in einem Käfig eingesperrt. Gerechtigkeit, mehr verlange ich nicht. Hass hat mich ins Gefängnis gebracht. Liebe wird mich rausholen.